Die Hohen Neum Gerade waren wir noch oben auf der Hohen Neum, haben dort in die herrliche Bergwelt geschaut, und jetzt sind wir hierherum am Boddesee, treffen gut gelaunte Urlauber und treffen auch eine sehr gute Musikgruppe aus dem Gebiet um den Mondsee, das Oberbank-Vendett und sie spielen uns den Lieblingswalzer. Musik 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 Musik